aber meistens vom Marsch vom Marsch ja auch nicht auf dem Weg zum Hauptruf den ich werde versuchen die Bäume jetzt mal zu verkaufen ich möchte mich nicht immer zu haben und ich will sie haben jetzt auch auf dem Weg ich mag das Erste aus dem Menschen erster da die Zübersetzung der deutschen Fahrleute der Hauptruf ist in der Atmosphäre Hälfte als er erhältlich sein und muss sich der gut war einigen alle Mann alle müssten Hänger auf einer Seite unterliegen alle ich bin in der falschen Richtung gefahren der Oberbürgermeister du musst ganz hin auf den Hof von Stolzern ja die Händen also für jedes Geld bekommt nicht jeder Prozent ab macht ein Zehntel und den Überreichterung warum fährst du da lang, fahr doch nicht so schnell mit, hier, fahr hier am besten rückwärts dran und dann hier drauf legen, du brauchst auf der anderen Seite noch einen Linker, warte vor dem Werkzeugwagen, kann ich mal gut rückwärts fahren, ja, ich kann rückwärts fahren, fahr vorwärts sein ist auch ok, nein ich kann es nicht, wer macht es, ich mach es, ich kann ich, ich kann nicht, ich kann nichts, ich kann nichts, auch da kommt wieder der laute Traktor, Mensch, wem gehört das Gesicht da hinten, den, boah, Nils macht den Trecker aus, ehrlich man, so schön ruhig, man hört so das Drumm von Helmhuts Traktor, so, da, 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 okay gut, jetzt, das, gut eingepackt, Timo, wie kann der schon wieder ja ich hab ein lenkrad, ich kann einfach nicht fahren, das ist so kreisig ich komm zur oberführung dann brauchst du einfach einen langsamen Leute guck zu jetzt hier ey weil du brauchst doch an der anderen Seite noch ein Dings ey ich muss Kontostand aufschreiben brauchst doch noch ein Dings oder verkaufst du jetzt den Ballen äh so, so, so hellwut ok hab, 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 hab Kontostand aufschreiben ja Christian da kommt der Niklas viel zu spät Bluuu ahah weiter nach rechts weiter nach rechts weiter nach rechts weiter nach rechts ein bisschen nach rechts Nils ok hat er noch nen Einweiser gefragt Niklas und du bist nicht grad der beste Einweiser bisschen nach rechts, bisschen nach rechts Niklas du hast ihm Schaden gemacht nein doch meinem Baum vorhin nicht ja, passt auf Leute warte doch, bis Helmut da fertig ist Jetzt wird's eng hier, ey. Weißt du, wieder die Holzfäller, ne? Können dich zusammen. Alter! Timo, was machen wir? Ich hab zwölf Prozent Schaden am Trecker. Ja, Jura, weil du jetzt gerade in der Langlauf, wo du nicht reinfährst. Guck in mein Video rein, da siehst du, was ich null hatte. Jetzt hab ich zwölf Prozent. Helmut hatte Schwierigkeiten. Helmut, du hast ihn falsch angepackt. Du musst ihn mir in der Mitte anpacken. Was geht denn mit meinem Baum still? Wenn du jetzt sagst, das geht nicht, dann lass mich rein, dann mach ich das. Nein, lass ihn doch jetzt mal. Der schafft das schon, das ist sein... Ja, kann er ja machen. Er hat doch selber gesagt, er bleibt Holzfäller, weil es so schwer ist. Und Spaß macht. Es ist eine Herausforderung. Ich mein, dann probierst du es dreimal und irgendwann kannst du es. Guck, das sieht doch schon besser aus jetzt. Er hat den Stamm gezwickt. Ja, er zwickt ihn. Soll ich ihn jetzt da drauflegen. Weitfels. Uh, nein. Jo, 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 geht. Geil, geht der jetzt weg? Perfekt. Nein. Willst du Geld? Nee. Du kriegst kein Geld, ne? Ja, du musst hier nicht... Ey, Timo hat recht. Timo hat recht. Das fällt hier raus. Warum? Hier ist ein Haufen jetzt. Hier steht ein Haufen. Warum bekomme ich kein Geld? Weiß ich nicht. Im Ding steht, dass man Geld bekommt. Ja, das ist nicht so. Du musst das da... Echt, nein. Und dann musst du es da verkaufen. Warum muss ich es verkaufen? Ja, da musst du es in der Hackschnetzel... Hackschnetzelfabrik. Da muss man das reinkippen in die Hackschnetzelanlage. Halt, halt, halt. Er hat doch Geld bekommen. 1.000 hat er bekommen. Jui. Ich krieg davon 10%, also 100. Alter, Alter, das war noch nicht alles. Wer hat 1.000 bekommt, pro Baum? Ja, 1.000 hat er. Ich hab... Also, ich mach das, Junge. Ich mach das. Jetzt, äh, mach eine 1.000 pro Baum. Okay, gut. Das war... Mach du jetzt mal, Niklas. Es kommt einfach noch mehr, gell. Es kommt einfach noch mehr. Äh, hey, gut. Bist du in Ordnung mit den 10%, oder? Nein, 10% ist in Ordnung, ja. Okay. Aber du kommst einfach noch mehr, weil ich hab vielleicht nur noch 10, 20 übrig. Nein, du kannst auch noch schnell ein Million, der... Ach, da können Nico und ich ganz gut gegenhalten mit unseren Feldern. Brauchen halt länger, aber... Mal gucken, was wir davon kriegen. Ob das unbedingt länger dauert, bis die da hier... Die stehen ja immer eine halbe Stunde auf dem Feld alles aufladen, und die da im Ding alles abladen. Der hat mal gleich pöbeln gegen die Holzfäller, ne? Alter, Nils. Nils. Ran ab, Lucia. Nach der Aufnahme veränder ich die Motto. Wie so ein Bullterrier, der Niklas. Nils. Ich verändere den Sound da. Also, ich meine... Ja, er hat 1.000 bekommen. Genau 1.000 hat er bekommen. Ja, Brummis. Alter, er hat ich... Alter, ich werd noch schnell nach Melkchen. Schreib mal Thomas 1.000 auf, Nico. Ich werd noch Milliardär, Junge. Ich werd noch Milliardär, Junge. Ich hab ein bisschen ja, und muss so mehr holen, gell? Ich werd noch gleich wieder. Was sieht schon wieder? Ich werd die Bäume wieder. Bei mir leckt's nicht. Das ist Nils. Ja, Nils... Nils PC leckt, dann behauptet der immer der Server würde lenken. Ja. Ich hab noch 10.000, ne? Tricky. Äh, Niklas, vielleicht fährst du mal mit dem Ruck nach vorne. Vielleicht... Nee, dass die sich irgendwie auf den Boden legen oder so. Ach nee, Aufnahme kannst du ja nicht legen. Aber die fixieren sich ja, sobald du fährst, ne? Ja. Versuch dir einfach so zu greifen. Vielleicht musst du mal den PC noch starten, jetzt. Versuch mal zu greifen. Ja, mach ich auch mal gleich. Gut. Alter, so ein Schritt durch diese Scheiße. Das kriegst dauernd wieder Schau. So, ich versuch, nil, Achtung. Ah, sie rutschen, sie rutschen, sie rutschen. Jetzt reicht's mir, Alter. Ja, sie rutschen, sie rutschen. Ja, ich weiß auch nicht, warum du dir so einen schnellen Trecker holst. Ja, ich... Ja, sie war schuldig. Ja, würdest du nicht lecken, dann würd ich nicht 0% Schaden wahrscheinlich haben. Ja, hör auf. Ja, dann musst du mal was mit deiner Grafikkarte oder so machen. An meiner Grafikkarte. Ich meine, ich seh hier alles flüssig. Ich denke mal, Niklas sieht auch alles flüssig, sonst könnt ihr die Bomben hier gar nicht. Ja, das muss was heißen. Ich seh hier auch alles flüssig. Ja, siehste. Ja, auch. Ja, mit Pek schraubt sich dauernd hoch. Versuch jetzt ein bisschen nach vorne zu fahren, Niklas. Hast du Skype offen? Oh, pass auf. Nee, hab ich... Ich hab nur TS. Ja, einer ist schon draußen. Und LS offen. Hast du Origin offen, Steam offen, irgendwas? Ich hab auch Origin offen. Alles auch. Ja, hast du... Ja, hast du... Ja, aber alles auch. Hast du, Helmut, jetzt das gutgeschrieben? Ja, hab ich. Gut. Ich hol mir einfach meine eigene Box. Also 1000, muss gleich die Strichliste machen. Ich hab noch mehrere übrig. Also er muss immer nur sagen, wenn du einen Baum verkaufst, und dann gibst du... Gut, der Baum kommt von mir drauf. Strich bei mir. Warte, warte, ich guck nochmal. Ich hab jetzt nochmal genau aufgeschrieben. Aber man kann hinten auch einen Hänger drunter stellen und Hackschnitte rauskriegen. Niklas, sag erst, wie viele Bäume du gemacht hast, wenn du da weg bist. Ich mach jetzt nicht jedes Mal neue Dings. Mach einfach einen Strich. Ja, okay, dann mach ich da... Mach nochmal einen Baum. Baumstrich, ja. Und das... Hier hinten fällt jetzt Holz raus und das kann man auch noch reinnehmen, oder wie ist das? Ja, ja, denke ich mal, dass du dir da hinten einen Anhänger hinten runterstellen kannst, aber dann dafür kein Geld kriegst. Nee, das... Ich glaub, das sieht nur so aus. Ja, das ist nur animiert, denke ich. Das ist nämlich ein großes Sägewerk, denke ich mal. Aber das ist doch unlogisch, dass du für... wenn ein anderer dir dein Baum häckst, dass du dafür Geld kriegst. Du eher Geld bezahlen. Nee, das ist ja ein Sägewerk, das ist ja Abfallprodukt im Endeffekt. Okay. Stimmt. Ja, bestimmt ist es vom Sägen das Abfallprodukt. Wenn man Bretter sägt, dann steht da auch mal ein paar Späne. Kommst du da auch auf? Du kriegst nicht tausend, du kriegst mehr sogar. Ja, schreib doch mal rein. Ich rechne die Differenz aus. Nee, ich glaube, du willst die Wahrheit nicht wissen, Nico. Ich muss mal bei P gucken, ob da irgendein Preis steht. Das Problem ist, die Differenz kann ich schlecht ausrechnen, weil wir die ganze Zeit Fahrzeugkosten und so bezahlen müssen. Und alles. So Sägewerk. Ich glaube, die Zeit ist normal. Ja. Du darfst so bleiben. Komm, wir haben den Baumzell mitzuhören, oder was? Baum, das ist die Zeit normal. Ein Mikro. Ein Mikro. Mikro. Ah. Ich starte hier mit 21 kmh. beim Zelt. Oder warum soll die Zeit so bleiben? Okay. Hier steht, Sägewerk, man kann hier die Stämme verkaufen. Mit nichts verdirbt. Wenn man deinen Anhänger genau unter die Rutsche packt, fällt das direkt rein. Wenn man den nicht drunter packt, kann man das Sägemehl vom Haufen aufheben und dann in die Hackschnitzelfabrik packen. Ich würde sagen, das lassen wir einfach. Also, dass ihr die Baumstämme einfach nur reinpackt. Okay? Aber für die Hackschnitzelfabrik kriegt man, glaube ich, nichts. Doch. Du kannst ja normal verkaufen, wie normale Hackschnitzel, die auch selber schnitzeln. Aber da stehen, glaube ich, nicht ganz so viele da. Warte, es kann sein, dass die Hackschnitzel, also das ist, glaube ich, so ein Heizkraftwerk. So habe ich es verstanden. Und wenn ihr was heizt, das sehen wir in der nächsten Folge von Landwirtschaftsimulator Projekt mit den Sieben Haufen. Ja, zu Geld machen. Und tschüss. Tschüss. Ciao.